Nimmersatte Liebe So ist die Lieb, so ist die Lieb, mit Küssen nicht zu stillen. Wer ist der Tor und will ein Sieb mit Eitel Wasser füllen? Und schöpfst du an die Tausendjahr und küssest ewig, ewig gar. Du tust ihr nie zu willen. Die Lieb, die Lieb hat alle Stund neu wunderlich gelüsten. Wir bissen uns die Lippen wund, da wir uns heute küssen. Das Mädchen hielt in guter Ruh, wie's Lämmlein unter Messer ihr Auge bat, Nur immerzu, je mehr, desto besser. So ist die Lieb und war auch so, wie lang es Liebe gibt. Und anders war Herr Salomo der Weise nicht verliebt. So ist die Lieb, so ist die Lieb, mit Küssen nicht zu stillen. Wer ist der Tor und will ein Sieb mit Eitel Wasser füllen? Aha, küssen reicht der Liebe nicht. Die stillende Wirkung ist nicht größer als die von Wasser, das durch ein Sieb verloren geht. Womit ist die Liebe dann zu stillen? Und schöpfst du an die Tausendjahr, nämlich Wasser mit dem Sieb, Und küssest ewig, ewig gar. Du tust ihr nie zu willen. Was die Liebe will, wird nicht verraten, Und ein anderer Vorschlag, wie man die Liebe stillen könnte, wird nicht gemacht. Stattdessen wird ein Beispiel erzählt. Die Lieb, die Lieb hat alle Stund neu wunderlich gelüsten. Wir bissen uns die Lippenwund, da wir uns heute küssen. Man spürt die ganze Verzweiflung bei dem Versuch, mit Küssen die Liebe zu stillen. In Ermangelung einer Alternative, was man stattdessen oder darüber hinaus tun könnte? Das Mädchen hielt in guter Ruh wie Slammlein unterm Messer. Ihr Auge bat nur immer zu, je wehr, desto besser. Wie herrlich sich der Dichter herausreden kann. Er meint doch nur, daß die Küsse noch mehr schmerzen sollen, Wenn man anders dem tiefen Gefühl der Liebe nicht gerecht werden kann. Daß vor unserem inneren Auge das Mädchen ruhig hält, Während da etwas wie eine Art Messer in sie eindringt, Für unsere Vorstellung kann er doch nichts. So ist die Lieb und war auch so, wie lang es Liebe gibt. Und anders war Herr Salomo der Weise nicht verliebt. Tatsächlich geht es dem Dichter nicht darum, sich herauszureden, Sondern darum, daß jeder so viel an dem Gedicht versteht, Wie seinem jeweiligen Erfahrungsschatz in Sachen Liebe entspricht. Der Unbedarfte sieht nur die Küsse, Wie das neunjährige Kind beim Happy End des Films. Der Erwachsenere versteht den Hinweis. Auch Salomo hatte Sex. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank. Vielen Dank.